herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft galactic science mit dem lieben selux hallo ja letzte folge haben wir einen bomb infestiert genau und ich habe mondrasen abgebaut damit wir ihn durch das sieb hustlen können und das dass ich jetzt schnell eine stein axt stein pickaxe bekam genau was mache ich jetzt das ist die frage ich glaube ich mache das mit den bäumen jetzt okay dass ich dir ein wenig wachsen lassen ja bau mir das extrem viel im in der kiste bau mir fast drei stacks oder so ist das gar nicht nur hast du noch mal ne guck das ist nein die ist kaputt gegangen ja sorry schlechter schlechter gärtner ja das ist so macht alles kaputt da kommst du vom klickspeed bekommst du krampf so lernst du bvp ja das stimmt so jetzt habe ich gleich ein paar fäden mehr durch einen stack alter da bekomme ich ich habe ein wurm wieso bekommen wir immer bau mir wir haben extrem viel bau mir bei jedem stein bekommen praktisch okay warum bekommen und was ja habe ich ja gar nicht gewusst ja ich auch nicht ich dachte etwas anderes das ist ja darf du musst dings abbauen was am dort mund dort ja ja schon aber bau mir können wir dann für die bäume erwachsen stimmt stimmt auch immer hat schon fleißig was abgebaut fleißig dings um dort gebaut hingebaut er noch da los da haben wir auch jetzt so was brauche ich jetzt so kommt das wird ein neuer freund mein maus finger oh nein scheiße jetzt habe ich habe 23 strings alter ich habe gehört ein kompost das lohnt sich spinnenhagen bonn kann ich zu bonnmiel wieder machen was ich habe wo mich kompostiert nein egal kriegen wir irgendwann wieder mal ja ich hoffe es okay wir haben hast du stein noch also feuerstein habe ich und schwarz pulver du bist gar nicht da so werfe ich sind wirke ich mache alles mal in die kiste wieder was soll ich bau dabei ein wenig nun dort für dich ja danke ist zwar nicht spannend fällt für meinen zuschauer aber egal muss auch meine katze neben mir ich bringe sie gleich auf den tisch musst du schauen nein sie geht wieder weg wie wenn ich pvp spiele genau da haust du eigentlich die ganze maus auf den auf den tisch oder ist das nur das klicken da muss ich da muss ich sowieso wenn wer weiß würde es mich freuen wenn wir was in die kommentare schreiben wird wie man das mit dem klicken komplett stumm macht das wäre cool ja das ist ja komplett stumm er kommt richtig stumm halt nein ich finde das eigentlich was gut das oder vielleicht kaufe ich mir einfach mal irgendwo eine eine jetzt ist mal wieder zu man hört es immer ich sage schon controls brauche ich auf 90 so perfekt das geht okay ein wenig zu schnell also wieder rein damit sind dann und bau mir perfekt jetzt geht so alter wieso haben wir so viel feuersteine was kann man denn aus dem machen wie was aber ja irgendwann kann man das schon brauchen normalen creative menu nein das ist nur was man macht ohne karotte haben hier kalt krotter cool nichts nicht essen und nicht kompostieren wie vor mir nein nein denke ich so und lohnen gut er auch also die ich die steine lege ich in die kiste steine die melonen die karotte auch sieben steine aber du brauchst glaubt neun für einen stein oder vier 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 jetzt gut dann hast du die hacke jetzt hatte ich gerade gedacht hatte mein deutsches beste beste deutsch dass ich den stein kompostiere es geht nicht leider das ist ja das ist so es geht ja wieder am sieb dienst machen hast du noch genug luft oder ja ich habe gerade wieder nachgefüllt aber der sollte wieder gefüllt sein ja das geht ja nur 40 sekunden oder so ich mache da unten jetzt unser unser labor ein wenig genau bau unten ein bisschen damit es was kann man daraus kann es ist tag ich sehe die sonne nein jetzt jetzt sind keine kleinen kinder mehr halt keine kleinen kinder über wenig aber der kleine kinder ja und ich so er sind aber schon krass damit das daran ist auch viele kleine kinder da war fast keine nun zum alter ja krass dann wäre ich ja ein alter hase wenn ich dort gewesen wäre ja aber gleich groß bist du wie ich also das sieht man nicht dass ich so was nicht und ich sehe jung aus ja schon nein ich bin an die oberfläche gestoßen ist das gut ich bin mal wieder am 7 22 erde ich baue uns da schnell ein kleines labor ein finger könnt das eigentlich theoretisch jetzt verlege ich glaube ich alles nach unten ein wenig ja macht das damit wir oben den lebensraum haben karotten wachsen auch aber wir brauchen noch wasser wasser bekommt man durch wog glaube ich und den habe ich da und eis auch oder mond gestein alter und erde wie sagst du mir und erde gegeben warum eigentlich noch wohl mond gestein was ist der unterschied also ja um die tropen andere sachen nur die frage ist was macht man aus mond gestein jetzt endlich ich mache wieder ff voll voll screen weil sonst öffne ich immer meine am leistung einem windows leistung mond gestein stimmt still durch auf deutsch um ja ja mache ich das kann ich daraus machen schon wieder eine karte wenn du das siebst bekommst du es stimmt aus mond gestein und als kann ich den gar nicht schießen aus montag also wir haben langsam genug steine gar nichts können wir uns nur stein dort bekommst wenig ja ich weiß dass das lasse ich nicht mehr anschauen das darf bekommst fast nicht was dort ja mehr und das stein halt auch mehr ok gut ist irgendwie auch logisch ja ja das ist so ich lasse dich das ihm was mache ich jetzt holz ich mache noch das andere steck und dann noch nicht wieder etwas anders sonst wird es langweilig und mein finger schmerzt langsam wollte so mein dings funktioniert nicht mehr und jetzt sein wenn man timber mond so jetzt noch schnell das holz ansammeln was mir wieder etwas zugeworfen ich denke nicht nur okay so ist das mond gestein kann man eigentlich holz auch sieben denke nicht ein mond gestein kommt überhaupt etwas raus ja ton ton für was können wir tun brauchen ton 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 weiß ich nicht ja sehen wir gleich 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 wir brauchen so viel stein jetzt also steine habe ich viel ich habe jetzt zwölf stein mal also solche okay auch gleich noch mehr raus ja da brauche ich aber mon erde und nicht mongestein wenn wir brauchen fernes so ein ofen oder aber da ist etwas gedroppt wieder broken oreo ein oreo ein oreo ein oreo ein oreo x da schon wieder zuerst dreht dann lecken und dann weiß ich nicht mehr genau nein wir haben charcoal gibst du schnell die kohle her kohle ab haben wir eh da drin normale kohle so und das macht das nächste haben wir machst du holzkohle ja nein wir brauchen zehn kohle und zehn charcoal halt was zehn zehn oh mein gott das geht ja ewig gut ja alter nicht der nervös naja dann können wir noch warten ja dann das geht noch ein bisschen und mit den zehn kohle könnten wir dann gleich das nächste mit dem kohle block machen jetzt das ist so oh lapis lapzule habe ich bekommen da können wir entscheiden stärken 5 boom ein baum ist gewachsen ah nice hast du noch erde da können wir noch mehr ich habe wieder kohle bekommen 1 nicht dein ernst 0 1 weißt du ob wir irgendwie leicht zu glas irgendwann mal kommen ja hier hat es sand aber wir müssen irgendwie sand kraften oder das dauert aber noch ganz schön an oder irgendwas durchsichtiges mal nicht irgendein block tanks das wär's ja naja schauen wir mal ja schauen wir mal ich würde gerne so glaskuppeln mal bauen nein alter sicher nicht sicher schon das geht viel zu lange nein doch nein alter du willst ja mach dir in deinem raumschiff ein ein glasfenster da kannst du rausschauen aber sonst machst du nicht aus glas kuppel mache ich aber du bist ja wie debitor nein kuppeln brauche ich wir haben 9 charcoal 10 10 haben wir ok ja so alter das ist ja so jetzt bin ich aber fertig mit dem scheiss siebdienst das mache ich rein da habe ich noch ich hole dir gleich wieder noch was nein 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 alter kein platz wieso hast du 9 holzkohle ah hast du gebrannt 10 haben wir also was bekommen wir aus wir brauchen noch 10 normale cola kohle 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 wir brauchen nur noch eine kartoffel und sugarcane und kürbis kerne ok dann haben wir schon eine nächste quest gelöst klingt gut und da brauche ich runter und noch anziehen spores ich baue da gerade so einen richtig grossen raum ach das war nicht so schlau von mir ja das muss ja auch noch schön sein oh und ein 1 wo kommt Eis raus es kommt glaube ich auch aus ähm Mondgestein stein raus ok gut so warst du unten alter wie weit weg bist du denn du bist schon relativ weit unter machen wir alles unterirdisch ja ist schöner ja müssen wir nicht bauen na bauen würde ich schon noch aber erst schön halten also der 1 der proxy da kriege ich gar nichts raus leer oh falsch ist der auch na der ist voll sehr gut haben wir da eigentlich Optifan drin nein nicht ok also Clay brauchst du ja auch nicht naja flüssiger geht's aha ja ja sakralisch gell ja der kein Optifan hat da darfst du na nein schon gut kannst du da zurückgeben wissen das ich geh mal die Bäume wachsen lassen hätte ich machen sollen nein nein das ist gut aber ich darf vergessen wie hast du jetzt als Drop oh wieso was ist wenn du isst droppst du die automatisch diese Dinge ja ich weiß nicht warum aber ist komisch warte das kann lang dann mit dem 7 mit dem ähm mit der Cola das ist ja nur gelähmt von wir haben ein bisschen Bäume letzte Folge wird cool von Dings Galactic Science ich sag's dir mit dem Matrix Move aha so wir haben ein paar Bäume um uns herum wie hast du diese Hacke schon wieder gemacht haben wir genug Hacke ich weiss diese damit man die Blätter abhauen ähm da musst du in der Mitte vom schau einfach nach schau einfach nach alter nein ich will nicht suchen ok ich bin zu faul ich mach's dir oh danke oh mach's mir broken iron broken iron ich mach's dir mit mit meinen fünf A4 Sticks ach also ich bin mal am Setzlinge suchen ok und da wie hast du ah Apfel oh nice ich kann nicht viel mehr suchen denn 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 ah da kommt wieder ein Wurm ich muss eigentlich nur soll ich die Bäume wieder soll ich die Bäume wieder ähm bestäumen mit diesem mit diesem Wurm ja ich mach mal ja bestaub mit dem Wurm Setzlinge wieder bekommen ähm ich hab noch 26 für dich da was Setzlinge 26 ja alter wir haben zu wenig Erde ich hab noch ich hab noch komm her setz gleich wieder vier Abstand war es Setzlinge oder Erde ja da hab ich ernsthackig hast du sie gesetzt oder hast du ich hab sie hingeworfen und ah ja okay wir haben schon ein Eisen nice ähm warte auf dem der verwirr nicht äh die Steine können wir wieder nehmen wie heißt denn da das hier Tyrion ich muss meine Face kann man das hinsetzen deine Face Camp halt ja Webcam Tyrion ah ok gut gut Tyrion da gibt's kein so jetzt hab es gibt keine die hat er hat er hat er hat er 1 2 3 4 ist genug Ah, da. Ja. Ich schieße... Ah, da. Mahlstände und ein Essen. Boah, bist denn du gelebt? Bist denn du gelebt? Schon wie in Abfall. Ja, wenn wir Olmes-Essen haben, mache ich das. Okay. Soll ich wachsen die Blätter eigentlich nach, oder? Wie nach? Wenn sie völlig abgegrast sind. Nein. Gar nicht. Dann baue ich das Holz ab. Hast du keine Axt? Nö. Ich hab nichts, ich mach alles von Hand. Nein, danke. Ich hab mir keine Steinachs gecraftet. Falls du was glaubst. Jetzt ist kaputt. Der hab ich durch ne Quest bekommen. Jetzt müssen wir es, ich bin bis zum Geh nicht mehr. Ich habe 32 Holz. So, Mund dort noch setzen, da ist es schöner schon. Nein, wieso bist du jetzt... Wow. Hm? Ah, da. Nein, es kommt. Ah, das wird unser Marihuana-Keller, ich sag's doch. Unser Marihuana. Unser Haschkeller. Nice. Da mach ich dann so Töpfe aus dem Clay, was wir haben. Ja, und dann setzen wir lauter Pflanzen. Fliese Pflanzen. Diese. Alter. So. Jetzt geht's wieder 7. Ich hätte gern irgendein automatisches 7. Wir sind eh gleich wieder bei 20 Minuten. Ja, das hab ich gesehen. Ich hab Kohle! Nice. Okay, wir haben jetzt 3 Kohle. Oh. Oh, 3. Nur noch 7. Ich hab noch eine Kohle. Hui. 4 Kohle. Oh, nice. Setzlinge setz ich rein. Und ich mach mal eine zweite. Boah, äh. Wie viele Kisten soll ich mal machen? Ich mach noch 3 Kisten. Ah, jetzt. Am 3 Kisten. Ja. Wo willst du die hinsetzen? Also hier machen wir die Öfen, oder? Hier. Hier in die Säge. Und. Ah, ja. Ah. Wo sind sie? Hier. Dort, ich mach was. Ähm. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Alles muss ja schön aussehen. Ja, schön nicht. Doch. Also, aussen ist es wunderbar. Die schöne grüne Landschaft auf dem Mond. Grün. Die Bäume. Ähm. Falsch. Kann man die überhaupt zu sehen? Ah. Nice. Äpfel mach ich rein. Das Kreuzbuch. Ah, wirklich? Der Stern, der nervt leicht. Ja, das glaub ich dir. Perfekt. Grasseeds. Und alter, wir brauchen unbedingt. Nimmst du diese, diese oberste Kiste lassen wir, oder nimmst du die runter? Hm? Die oberste Kiste. Die nehmen wir mit runter. Dann mach ich mal alles mal rein. Rechert, ich mach schnell was. Oh, der Otz muss das so, so. Das ist so dunkel. Egal. Ich sag mal, ich hoffe euch hat die Folge gefallen, Galactic Science wieder. Ähm, ja, viel haben wir geschafft. Ja. Zehn Cola. Ein bisschen. Und vier. Ja. Es braucht Zeit. Ja, wir schaffen das schon. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ähm, schaut beim Seelux vorbei, der macht ganz tolle Videos. Auf Zwitzerdeutsch. Danke. Und auf Hochdeutsch. Zwitzerdeutsch. Und ähm, sonst eigentlich, was soll ich sagen? Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ähm, Abo nicht vergessen, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, auf beiden Kanälen, bitte auch. Und sonst, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao. 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 Ciao.